Wenn du mich jetzt fragen würdest, Nett, welchen Schuh hast du im letzten Jahr am häufigsten, am längsten angehabt, dann müsste ich ehrlich zu dir sein und sagen, Bro, bei aller Liebe, aber für mich war es Adidas Oswego. Der Sneaker, der mich über das ganze Jahr am meisten begleitet hat, am meisten mitgemacht hat und mir so das beste Daily-Beater-Gefühl gegeben hat. Und praktisch, dass ich mich jetzt dazu entschlossen habe, einfach mal mein Repertoire an Oswego zu erweitern, neben dem weißen mit einem beigen. Hier nochmal liebe Grüße an meine Freundin, die den Schuh hat und den sehr oft auch trägt und ich an ihr unfassbar schön fand das Colorway und gesagt habe, ich muss das haben. Ich muss das haben. Ist diese Oswego Daily-Beater-tauglich? Freunde, ich zeige ihn euch natürlich wie immer hier ein bisschen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir kennen diese Leute. Wir haben uns schon verschiedene Oswegos angeschaut. Ihr seht schon, verdammt nice. Stellt euch mal vor, da würde jetzt Balenciaga, Prada oder sonst was draufstehen. Meistverkaufte Sneaker von dem. Real Talk. Also wir reden auch bei Adidas von einem der meistverkauften Sneaker. Es gibt schon Gründen, warum es den in den Gefühlt 1000 Colorways gibt. Und der hat sich halt für Adidas bezahlt gemacht und hat einfach Umsatzwachstüme gebracht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir schauen uns mal so ein bisschen das Colorway an. Die drei Stripes, Undercover, die Toebox, ähnlich wie bei allen anderen. Die Außen- und Mittelsohle vereinen sich auch so ein bisschen. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal von außen an. Auf der Innenseite haben wir das ganze Thema auch nochmal aufgegriffen. Sieht halt sehr dezent aus. Die Farbtöne. Wir haben zwei, drei verschiedene Shades von diesem Beige. Oh, ist es... Beige würde ich jetzt eigentlich bei diesem Schuh per se natürlich sagen. Aber es ist mehr Sandfarben. Also ein bisschen mehr Sandfarben geht schon eher so ein bisschen in die Fear of God sandfarbenen Töne. Was sehr schön ist. Und das war auch für mich, wo ich gesagt habe, ich habe überlegt, ich wollte unbedingt einen zweiten Oswego haben. Erstens, weil der Weiße unfassbar viel mitgemacht hat und ist in einem katastrophalen Zustand. Was kein Grund ist, den wegzugehen, weil den werde ich immer noch die nächsten ein, zwei Jahre anziehen, bis er auseinanderfällt. Aber ich wollte auch einen Oswego haben, so als Styleobjekt, wenn man zum Beispiel auch den mit schönen Hosen tragen will. Und in einem schönen Colorway, was halt nicht alltäglich ist. Ist dieser Schuh Daily Beater geeignet? Natürlich müssen wir über den Preis reden. Der Oswego ist jetzt nicht der günstigste von den Daily Beaters, die wir uns hier anschauen. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber der Preis ist stabil. Das heißt, man muss keinen Resell oder was weiß ich zahlen. Es ist ein Adidas Preis. Wenn man das in Kauf nimmt, bekommt man auch entsprechende Qualität. Was aber bei diesem Schuh wirklich legitim ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, Daily Beater als Preis, ja. Aber bedenkt, es kostet halt immer ein bisschen mehr. Verhältnis. Also wir reden jetzt nicht von 300 Euro, 200 Euro oder so. Aber ich will das trotzdem erwähnt haben, weil wir haben ja teilweise Sneaker für 20, 30, 40 Euro hier beim Daily Beater Format. Das Einzige, wo ich bis heute immer noch nicht Fan davon bin, sind einfach diese Schläuche. Wenn ich das irgendwie hinkriege, ihr seht diese Schläuche hier komplett um den Schuh drumherum. Da bin ich tatsächlich immer noch kein Fan davon. Auch hier komplett hinten, wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, seht ihr den Schlauch, der so ein bisschen rüber geht. Ja, ich könnte, wie gesagt, bis heute noch darauf komplett verzichten. Hat es mich eigentlich jetzt bei meinem anderen Adidas Oswego gestört, den ich letztes Jahr zu Tode gerockt habe? Nicht ein einziges Mal. Es hat mich nicht mal interessiert. Ich habe mich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich nicht einmal darüber nachgedacht, dass da jetzt Störte dran sind. Natürlich fällt das einem jetzt so auf, wenn man es in der Hand hat. Wenn ihr es anhabt, juckt es keinen mehr. Glaubt mir, kann ich so eins zu eins bestätigen. Also Bequemlichkeitsfaktor werden wir uns gleich natürlich nochmal on Feed anschauen. Um das Ganze nochmal ein bisschen aufzufrischen, weil es jetzt länger her ist, als wir eine reviewed haben. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, er ist Daily Beater tauglich hoch 10. Ein unfassbar schöner Schuh, der sich selten, wie selten viele Sneaker einfach nur um den Fuß liegt und dich so gut fühlen lässt. Das schaffen wenige Sneaker, muss ich ehrlich sagen. Also deswegen ist es für mich auch letztes Jahr der To-Go-Sneaker gewesen. Und auch Design ist halt nicht 0815. So, Design als Daily Beater mehr als tauglich, weil wir so ein bisschen mehr dadurch glänzen. Natürlich könnte man jetzt darüber sprechen, dass der ein bisschen zu arg am Markt vertreten ist. Aber er ist halt oft auch so vertreten, dass er katastrophal angezogen wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von euch da draußen den super nice anziehen kann mit entsprechenden Hosen, entsprechenden Look. Deswegen reden wir ja hier untereinander und nicht, deswegen sitze ich nicht bei ProSieben und stelle Sneaker vor, sondern hier auf diesem Kanal, weil ihr Geschmack habt. Und die bei ProSieben vermutlich nicht, wissen wir ja nicht. Vielleicht haben sie auch Geschmack, keine Ahnung. Vor allem, jetzt will ich euch das Ganze auch nochmal on feed zeigen, wie er sich anfühlt, wie er vor allem auch ganz wichtig in diesem Colorway on feed ausschaut. Seid ihr bereit? Los geht's. So, ich bin jetzt im Oswego drin und ich habe den einfach factory laced gelassen, weil ich liebe das selbst im Alltag. Ich schnüre den so locker, weil du so entspannt rein und raus kommst in diesen Schuh. Das ist einfach schier unglaublich. Ich zeige euch das Ganze 360 Grad, dann erzähle ich euch auch ein bisschen von Komfort. Ich bekomme hier so ein bisschen Ultraboost Vibes. Ich bekomme hier super weiche, angenehme, wirklich ein unfassbar angenehmes Tragegefühl. Design sehr klobig, sehr abgespaced. Viele mögen das, viele mögen das nicht. Aber was ich hier halt von oben sehe und die Farbe auch sehr, sehr, sehr ansprechend, sehr, sehr, sehr schöner Look. Es ist halt ein Sneaker. Er muss einem gefallen, muss man von vornherein sagen. Und vor allem kann man sich halt ganz, ganz, ganz wild damit austoben, dass man x diverse Colorways davon nutzen kann. Ich finde ihn einfach immer noch wunderschön und vielleicht auch eines des stylischsten Silhouetten oder ästhetischsten Silhouetten, die Adidas in der Zeit überhaupt gemacht hat. Und ich muss einfach sagen, ich liebe Oswego. Das ist auch der Grund, warum ich mir jetzt auch einen neuen Colorway nachkaufe und vermute ich auch den weißen, wenn er jetzt wirklich komplett damaged ist, nochmal einen weißen nachkaufen werde. Weil als Daily Beater muss er einem im Alltag, er muss halt funktionieren und einigermaßen auch so Style mit rüberbringen. Und das tut er halt auch. Ich trage sehr gerne den Oswego im Alltag. Er ist funktionell, er fühlt sich super an. Er ist nicht zu eng, er ist nicht zu warm, er lässt sich gut atmen. Und ich hatte beim Oswego nie irgendwie Probleme mit stinkenden Schuhen. Ich weiß nicht, ob es nur an mir lag, aber ich habe bei anderen Modellen da öfters mal Probleme. Und ey, sexy Silhouette. Natürlich die Schläuche, wie gesagt, könnte man darauf verzichten. Spätestens wenn ihr anfangt, den anzuziehen, fällt euch das schon gar nicht mehr auf und ist euch sowieso wurscht. Deswegen, ich bin froh, dass ich nochmal zugeschlagen habe. Unfassbar schönen Schuh, selbst nach der Zeit jetzt immer noch. Ich bin froh, selbst nach der Zeit jetzt immer noch.